so halli hallo nun zu meinem zweiten raumkampf video wie immer erst mal am terminal den raumkampf annehmen für die extra marken habe ich gemacht schließen so heute geht es um calais calais ist ein bisschen knackiger meine meinung schwerer auch wie der unmögliche sektor was er der höchste level hat und naja einige kommen nicht klar damit deswegen hoffe ich kann euch in meinem video ein bisschen was zeigen wie immer wie immer zuerst den laserburst aktivieren was eine ganz interessante info ist auch wenn die dinger noch kein ziel haben kurz vorher kann man schon drauf schießen so und explosionen im hintergrund es geht in dieser mission hauptsächlich darum diese hier abzuschießen das sind bomber die schießen wenn man hinter ihnen her fliegt ganz widerlich man sollte möglichst viele schon abschießen können bevor bevor man wird wendet kurz schild wieder voll machen das ist hier wichtig so das heißt so lange man noch im anflug ist auf die gruppen gleich drauf ballern und auch nicht mit raketen sparen immer drauf damit es macht sinn wenn man die raketen abschießt die erste salve raketen auf eine gruppe zu lenken und dann die anderen gruppen erst mal zu behaken und nachher die die schon qualmen dann gezielt abzuschießen das heißt als hin und her streuen bringt es nicht so wäre nicht so wirklich so wieder voll die nächste dreier gruppe das sind immer die einfachen zack 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 keine raketen verschwenden die braucht man später so der bonus missionen sind hier übrigens dass man schild generatoren abschießt von diesen dingern hier der nervt und das sollte man tun das gibt wie immer extra so sonst mache ich das eigentlich eher weniger der typische tank aber hier immer hübsch ausweichen so und schild generatoren behagen da habe ich den ersten und jetzt gibt es auch erst die bonus mission da ist die nächste gruppe gleich drauf ich zünde auch mal ein emp bei dem großen bösen schiff das zerstört nämlich deren kanonen das ist ein bisschen tricky timing ich habe ein bisschen spät auch gezündet aber es hat ja glaube ich auch ganz gut geklappt so schilder aufladen das übliche spielchen zur not auch ruhig mal eine dreiergruppe auslassen wenn es nicht geht ihr braucht eure schilde so wie viele generatoren habe ich zwei so seht zu dass die dinger schon im anflug möglichst weg sind weil sobald ihr dahinter sind schießen die ganz widerlich auf euch ach der hatte schon mal eine rakete so schilde voll machen wie üblich ich muss ein bisschen aufpassen weil ich habe schon ziemlich wenig äh panserung übrig ist nicht gut deswegen werde ich auch die dreiergruppe diesmal auslassen so schilde voll und auf geht's weg mit diesen dingern hier schilde sind alle weg das war meine emp das kann man schön reinhauen oder hat jemand noch da war noch ein schild generator so bei dieser gruppe werde ich jetzt meinen antischuss zünden weil ich keine schilde habe aber die gruppe muss weg ach da kommt einer so ok schilde an hier in dieser mission ist mir die bonus mit den jägern absolut unwichtig äh schilde werde ich auch nicht schaffen sehe ich gerade aber ich habe genug die hauptmission erledigt so vielleicht schaffe ich noch einen schild generator gut gemacht ah der hat sogar zwei aber ich glaube nicht dass ich es hinkriege es sind noch elf sekunden einen habe ich geschafft ach schade mieses timing fünf sekunden noch das war's calais geschafft ähm einen bonus habe ich sogar ne doch nicht deswegen nur fünf marken viertausend credits so mal kurz die kameraden missionen hier weg klicken ähm so und nochmal hier oben seht ihr durch die vielen abschüsse nochmal viertausend extra credits so äh die operation die flotten operation beinhaltet ja hier zwei deswegen im nächsten video gleich den sascha vorstoß tschau tschau